So, Halli Hallöchen, Henselbett hier und willkommen zurück zu A Song of Nunu. Ich muss mal ganz kurz die Lautstärke ändern. Ich habe tatsächlich eine sehr, sehr lange Pause gehabt. Eine sehr, sehr lange Pause. Und ich habe nur zwei Ports aufgenommen bisher. Also nicht gut, ja. Ich muss mir erst mal ein bisschen wieder reinfinden, aber kriegen wir hin. So, wir haben... Genau, man muss für eine Chief, und ich habe mich gerade auch nochmal da reingelesen, in seinen Mund schließen, dann... Bleib mal stehen, Kumpel. Okay, okay, ich habe es verstanden. Das Licht enthüllt den Weg? Was soll das bedeuten? Wir müssen auch irgendwie die Interaktionstaste drücken, wenn wir in seiner Nähe sind, dass wir ihn umarmen. Und wir müssen sorgen, dass er tanzt. Hey, tanz doch. So schlecht spiele ich gar nicht. Okay, wir machen Lärm. Das ist nicht so gut. Bli, du Narr. Okay, vielleicht kommt das noch. Ähm, ich will ihn aber... Nein, ich will ihn drücken. Was ist die Aktionstaste? Ich will dich knuddeln. Ich muss kurz schauen, was die Aktionstaste ist. Steuerung, Tastatur... E. E, okay. Gib mal Umarmung, bitte. Okay, keine Ahnung, Tab nicht. Ich habe jetzt mal gedrückt und gehalten. Aber finden wir noch raus, finden wir noch alles heraus. Oh Gott. Das ist ein Riesenraum hier. Wir haben eine wunderschöne Anivir-Statue. Also ich finde, grafisch macht das Spiel definitiv was her. Das ist wunderschön. Okay, die Sackgasse macht nicht so viel her. Die ist nicht wunderschön. Wir müssen... Ach, wir können uns hier wahrscheinlich hochschmeißen lassen. Oder müssen wir da erst mit dem Pflanzen integrieren? Ne, ich glaube... Hilfst du mir, Großer? Erstmal hoch. Äh, Yit! Ein Yiti-Katapult, wenn ich bitten darf. Ah, Moment. Müssen wir links oder rechts hoch? Ich glaube... Hier lang? Wow, sieh dir das an! Ich hoffe, dass das nicht die echte Anivir ist und wir sie dann dadurch irgendwie töten. Ach, wobei Anivir interessiert mich ja eigentlich nicht. Kein Champion, den ich spiele. So, was bist du denn? Ah, eine Trommel. Ah, okay, die... Oh, okay, ein Rätsel-Element. Wir haben jetzt... Aber müssen wir die Flöte auch spielen? Weil wir haben hier ja schon so ein kleines Musikstück. Da geht nur was runter und hoch. Ah, ne, guck mal, da hinten ist auch... Moment. Ah, ne, 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 noch mal runter, noch mal runter. So. Geh drauf. Dann hoch mit dir. So. Aber das ist, glaube ich, noch nicht das Richtige, oder? Es ist schon das Richtige? Ne, ist noch nicht richtig. Ähm. Sieht das richtig aus? Ein Stein lockiert einen, der Lichtstrahlen. Ja, da ist noch... Da sind Wurzeln noch im Weg. Etwas stimmt mit diesem Lied nicht. Vielleicht müssen die noch leuchten. Ja. Das dachte ich mir auch. Aber dazu kommt's irgendwie noch nicht. Äh. Jetzt haben wir fast alle. Jetzt haben wir immer noch fast alle. Aber ich glaube, alle leuchten erst, wenn wir die richtige Bombenreihenfolge rausgefunden haben. Also die linke Seite hat, hat nichts mit Bomben zu tun. Ne. Die ist Wurst. Wir brauchen die rechte Seite. Ich glaube so. So erwischt's alle. Dass es dann links auch freispringt. Danke, Junge. Das Licht kommt jetzt durch. Genau. Und jetzt können wir... Jetzt können wir das ganze Ding richtig an... ...ordnen. Wir machen ein bisschen Trial und Error. Oh. Halt. Ich wollte das linke eigentlich nochmal anschießen. Und dann nochmal das... ...rechte. Ja. Es ist vollständig. Zeit, das Lied zu spielen. Okay, also ja. Ein bisschen Trial und Error. Ich muss die richtigen Tasten rausfinden. Das ist F. Brauchen wir aber nicht. Äh. G brauchen wir auch nicht. Aber es gab auch Kombinationen. Okay, also T. T müssen wir drücken. Dann... T und die TG kombi... Also T. TG. TG. T. TG. Okay. FG. TG. T. TG. Wow! Hölle Kostkost gesehen! Jemanden hat Narnia sehr verehrt. Stell dir mal vor, Er hätte eine Statue ihrer Brüder gemacht. Sie hat Brüder? Ohren und Volibear sind so cool. Ich würde eine Volibear-Statue machen, die er seine Feinde auffrisst. Oh, ich kenne mich mit den Verhältnissen gar nicht aus. Weil Anidia für mein Volk die Mutter von alle ist. Sie wäre bestimmt gern hier bei uns. Aber das ist ganz praktisch. Wenn ich das Spiel hier spiele, dann muss ich gar nicht die League of Legends Storys durchlesen. Dann reicht das. Dann habe ich hier alle Periode-Backgrounds und Co. Oh, das sind coole Vögel. Sehr coole Vögel. Was ist los? Hier sind wir auf jeden Fall richtig. Es ist ein Berg mit Flügeln. Ich bin mir sicher, Mama hat ihn gemeint. Freust du dich nicht? Ja, das ist natürlich auch so ein Ding in LOL. Wie groß die Leute sind. Meltprite soll ja anscheinend ein echt großer Berg sein. Aber als Charakter-Sprite ist er halt schon so durchschnittlich von der Größe. Also wie halt die meisten anderen auch in LOL. Ich kann mir gut vorstellen, dass da unten was ist. Naja, wir schauen... Oh Gott, ne Abzweigung. Wir schauen einfach mal so... Da sind... Der Monster. Die kriegen Fett aus dem Maul. Mit Finisher-Attacks. Oh ja. Finisher. Ah, Kampf gegen mehrere Gegner. Ohne Schaden zu nehmen. Achievement. Hätten wir fast beim allerersten Kampf auch geschafft. Das ist bestimmt Anivia. Und das? Was ist das, Willem? Ah, der Ilaui? Ich weiß auch nicht. Aber es sagt mir was. Sieht gefährlich aus. Alter, das ist nicht Anivia. Das ist Arctos aus Pokémon. Willst du hier runter? Sollen wir springen? Ah, jetzt können wir umarmen. Schön. Genau, also hier... Wehe-Taste drücken. Süß. Äh, ich geh da mal vor, ne? Tschüss. Ah, ne, wir starten... Wo starten wir denn jetzt noch? Oh, wir sind hier. Schön. Alles klar. Ähm... Aber jetzt bin ich falsch gegangen, oder? Können wir... Oder ist es so ein Kreis-Ding? Vielleicht ist es ein Kreis. Schneller, schneller, schneller! Vielleicht... Festhalten wäre... Cool, mein Freund. Danke. Okay, es war ein Kreis. Schön. Die Qual der Wahlabzweigung. Und dann ist doch nur ein Kreis. Aber ich freue mich. Warte, was machst du? Okay. Es gibt Rutschen. Scheinbar muss man alle Rutschen schaffen für ein Achievement. Ohne Schaden zu nehmen. Und zwar bei keiner. Deswegen... Ich glaube nicht, dass es hier was Sammelbares gibt. Warum ist... Was ist das für ein Boden? Ach, das war Speed. Oder? So, Mario Kart Speeder. Ja, ich... Spam die Leertal... Oh, das war zu früh, oder? War das zu früh? Nein. Ohohoho. Äh... Ich schieße, ich schieße, ich schieße. Okay, alles gut, alles gut. Lebensbalken ist voll. Aber das ist nice. Also, ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr cool gemacht. Äh, wir bleiben mal auf der rechten Seite. Links wäre wahrscheinlich mehr Action, aber auch vielleicht mehr Gefahr. Ich finde, so Rutschen in Videospielen sind eigentlich schon sehr, sehr witzig und eine nette Abwechslung. Ja, okay, das ist ein Speedboost. Ich feiere es. Das ist ein schönes, schönes, schönes Erlebnis. Ich weiß gar nicht, ob Anivia so schnell ist. Hui. Aber... Wir sind Speed, Mann. Wir sind eigentlich jetzt schon... Schon jetzt recht nahe unserem Ziel, oder nicht? Das war ja eine Riesenstrecke, die wir zurückgelegt haben. Ernsthaft? Ich bin gerade auf dem Rücken des letzten Getis Schlitten gefahren. Das kann sonst keiner. Oh Gott. Äh, die richtige Taste. Wir kriegen nochmal Flöte? So. Nee, falsch rum. Ah. Okay, die beiden daneben liegenden Tasten als Kombination. Es gibt auch ein Achievement, mit fünfmal so eine Wandkombo am Stück auszuführen. Ich blicke aber immer noch nicht, wann man die jetzt wirklich hat. Okay. Das heißt, das sind jetzt drei Tasten kombiniert, oder? Passt. Ah, okay. Man kann sich schon sehr gut am Muster orientieren. Also jetzt... Hier sehen wir ja so ein Eck oben und Eck unten. Und das heißt, das sind die gegenüberliegenden Tasten R und G. Und wenn man jetzt RT und G macht, dann hat man... Weißt du was? Und RT, G, F wäre ein Quadrat. Okay, gut. Das ist nice. Das ist praktisch. Und wir... können ziemlich lange blasen. Kommen wir da rüber? Ja. War nur die ganz kleine Gefahr, dass wir abrutschen. Minimal. Willem, ich frage mich. Warum haben wir nie andere wie dich gefunden? Was ist mit dem Yeti passiert? Tut mir leid. Schon gut. Ich war nur neugierig. Das war ein bisschen personal, mein Freund. Ein bisschen zu personal. Volltreffer. Ja, ich habe keine Ahnung, die Kombination... Oh, rote... Rote Bäume. Oder rote Blätter. Schön. Ah, die Gebiete sehen hier in dem Spiel echt toll aus. Willem, darf ich deine Magie benutzen? Ich... Okay. Äh... Piu, 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 piu. Willem, darf ich deine Magie benutzen? Ich werde etwas vereisen. Ah. Das war cool. Oder nee, warte, die Fähigkeit hatten wir schon mal, oder? Ich glaube, er... Ah, und das ist auch ein Achievement, besser auf Eis. Frierein, das ist voll eins. Oh, ja, ich habe mich aufgeladen. Ja, da war ich gerade... Ich weiß zwar nicht, welchen Grund das hat. Äh, aber ich weiß, dass Volibear und Silien verfeindet sind. Ich weiß nicht mehr, ob es den Buff noch gibt, aber früher gab es dann so ein... Ja, es war kein Buff, aber es wurde halt dann angezeigt im Spiel als Buff. Und... Okay. Aber wir bleiben spawnen oben. Schön. Äh, es wurde im Spiel als Buff angezeigt, dass die sich nicht leiden können und dann irgendwie jetzt gerade auch Kriegsfehde sind. Aber die hatten jetzt keine Boni. Anders als bei... Le... Ey. Ich habe es nicht mit dem Eis hier. Ähm, anders als bei Leona und Zyra. Ich glaube, Leona hat einen 1 AD Damage Buff gegen Zyra bekommen. Oder wie war denn das? Ach, es gab mal was. Also irgendwie, dass mal wirklich minimale Buffs dabei waren, wenn bestimmte Champions aufeinandertreffen. Finde ich sehr kreativ. Ähm. Leona konnte auf jeden Fall Zyras Pflanzen größer machen. Weil Leona ist ja Sonnenlicht. Und Zyras Pflanzen sind halt Pflanzen. Und, äh, das finde ich mega cool. Dass du deinen Gegner halt auch dadurch so ein bisschen stärkst. Ey. Achso, das ist kein tiefes Wasser. Gut. Nein, nicht die Statue. Das dunkle Eis. Das schwarze Zeug an den Eiswölfen. Das sah genauso aus. Und Mama hat immer gesagt, das dunkle Eis wäre schlecht. Ja, und Wassermelonen Eis ist das beste. Definitiv. Wie vergessen. Hm? Aber wenn es dunkles Eis ist, ist das... nicht gut. Oder? Das ist voll rassistisch, ey. Zeug mal mehr Toleranz für alle... alle Farben von Eis. Okay. Was? Mit einem Windspiel? Okay. Äh. Da. Ja. Die beiden. Und nochmal das... Ah, nee. Ein anderes. Ich finde eine Strophe, das nothält. Im Lied ging es also um diesen Ort. Am coolsten war, gedenkt all den Menschen, die es nun nimmer gibt. Ich frage mich, wer sie sind. Ich glaube, wenn ich es richtig aus den achievements gelesen habe, kann man im Laufe der Spitz das ganze Lied finden. Ich weiß aber nicht, ob man das verpassen kann oder nicht. Aber, finde ich... Ich meine, hätten wir jetzt hier nicht einfach vorbeigehen können? Eigentlich schon. Wir hätten das jetzt ignorieren können. Das hat ja jetzt nichts Großes ausgemacht. Gut. Ich würde sagen, im nächsten Part geht es weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansel Peter. Ciao.